Stoni TV 17. Wilhelmsdorfer Weihnachtsturnier Samstag, 17. Dezember 2016 Rundee wie Bertha, Vorrunde Aufschlag Hasfurter, Marcel Hasfurter, Spielvereinigung Erlangen ihm gegenüber jetzt beim Aufschlag mit Stirnband und Runde Stefan Wohlfahrts Lokalmatador also vom Wilhelmsdorfer ASV Die machen sich noch warm in Kürze die Whisky happy pr maniac wie nicht wie Vielen Dank.